Ein Brummi mit Dieselmotor fährt rein und später mit sauberem Elektroantrieb wieder aus der Werkstatt raus. Orton Electric Trucks in Wittlich baut Nutzfahrzeuge um, zu E-Mobilen. Hört sich easy an, ist aber viel komplizierter als einfach nur alter Motor raus, neuer rein. Wenn der Motor drin ist, fängt die Arbeit das an, sage ich schon mal. Er ist der Chef. Robert Orton hat das Startup-Unternehmen gegründet, mit 60. Er ist ein Überzeugungstäter. Wenn man sagt, dass die bessere Technik sich dauerhaft durchsetzt, dann bin ich überzeugt, dass allein aus der technischen Ecke wir in der Richtung schon auf dem richtigen Pferd sitzen. Mitte Februar. In der Werkshalle dominiert Orange. 30 fabrikneue Müllfahrzeuge mit Dieselmotor. Im Auftrag der Berliner Stadtreinigung sollen sie hier in Wittlich auf Elektro umgerüstet werden. Ein fetter Auftrag für die gerade mal fünf Jahre junge Firma. Der Zeitdruck ist groß. Seit Wochen stehen alle 13 Mitarbeiter unter Hochspannung. Auch der 65-jährige Chef Robert Orton und Betriebsleiter Willi Chemnitz. Für beide ist das hier nicht nur Geschäft, sondern auch ein großes Abenteuer. Wenn du jung bleiben willst, technologisch, dann fang eine Technologie an, die dir nicht bekannt ist, dann verlass das angestammte Ufer und entdecke neue Welten. Und das kann man bei der Elektromobilität bis zu einem gewissen Grad erfahren hier. Wenn sie so ein Fahrzeug umgerüstet haben und es das erste Mal in Betrieb nehmen und sie fahren dann ohne Geräusche elektrisch aus der Produktionshalle, das ist der Kick hier für alle meiner Mitarbeiter. Bis dahin aber ist es noch ein langer Weg. Zuerst mal muss der nagelneue Verbrennermotor raus. Eigentlich absurd. Aber in der gewünschten Ausführung kann der Hersteller den Kleinlaster noch nicht mit Elektroantrieb liefern. Und ohne Motor darf er aus Gründen der Gewährleistung nicht verkauft werden. Für Volker Braun und Silvio Dorca ist der Motorausbau schon Routine. Nicht mal eine halbe Stunde brauchen sie. Dann ist das größte Bauteil raus. Die Hauptarbeit aber, die kommt erst noch. Ist natürlich auch schon ein cooles Gefühl, dass man jetzt den Motor rausgebaut hat und weiß, wir bauen nachher den Elektroantrieb ein und wir brauchen den Motor nicht mehr. Entwickelt werden die Elektroumbauten zunächst am Computer, anhand von Modellen. Wo kommt der Elektroantrieb hin? Wo die Batterien? Wie werden Leitungen und Kabel geführt? Und wie wirkt sich das alles auf das Fahrverhalten aus? All diese Fragen müssen vorher bis ins Detail geklärt werden. Ja, also Sie können die Batterien nicht alle vorne hinpacken, ja, dann haben Sie die Vorderachs total überladen. Packen Sie die so weit nach hinten, ja, dann haben Sie eine wunderbare Servolenkung und die Räder haben keinen Kontakt mehr zur Straße. Also was ich damit sagen will, Sie müssen in erster Linie, müssen Sie sich im Klaren sein, wenn Sie so ein Konzept entwickeln. Wie setzen wir das Ganze um, sodass die technischen Eigenschaften des Fahrzeugs erhalten bleiben? In der Montagehalle von Orton Electric Trucks in Wittlich wird permanent an mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet. Und die Zeit ist immer zu knapp. Der Umbau dieses gebrauchten Lkw auf Elektroantrieb ist fast abgeschlossen. Das Fahrzeug muss bald geliefert werden. Der Kunde, ein Getränkelieferant, wartet bereits. Noch aber wird fieberhaft an der Programmierung gefeilt. Das ist jetzt eine Entwicklungsstufe in die große Kategorie rein. Also wir gehen da in die 15-Tonnen-Klasse rein, können aber skalieren mit der gleichen Technologie bis 26 Tonnen. Also sogenannte schwere Klasse. Und auch vom Einsatzort hochinteressant. Das Fahrzeug wird in Düsseldorf eingesetzt zur Belieferung der Altstadt. Darauf sind wir natürlich besonders stolz. Die Umrüstung dieses Giganten ist etwas Besonderes. Um möglichst viel Altbier transportieren zu können, musste ein besonders leistungsstarker Motor entwickelt werden. Mit 800 Volt Spannung. So schafft der Lkw immerhin 250 Kilometer Reichweite. Also die Reduzierung der Teile ist deutlich erkennbar. Anstelle eines Motors, der an sich schon sehr viele Einzelteile hat, haben wir hier einen zentralen Elektromotor. Man findet kein Getriebe. Wir haben quasi einen Eingang-Automatik-Getriebe hier. Motor direkt auf Gelenkwelle. Keine Kraftstoffbehälter naturgemäß. Und dadurch haben wir die Platzverhältnisse auch, um unsere Batterien und die anderen Komponenten unterzubringen. Elektromeister Markus Wilvers fällt so langsam eine Riesenlast von den Schultern. Jetzt, wo die Umrüstung des Lasters fast geschafft ist. Ich habe hier in das Fahrzeug sehr viel Herzblut reingesteckt, in die ganze Planung. War knapp einen Monat da dran. Wenn man dann zusammenbaut und eine Komponente nach der anderen in Betrieb nimmt und alles funktioniert auf Anhieb, kann man schon ein bisschen stolz sein. Also ich habe gegrinst. Also macht mir sehr viel Freude. 15 Kilometer entfernt von Wittlich, in Bernkastel-Kuhs an der Mosel, der Stammsitz der Firma. Das Unternehmen Orten Fahrzeugbau, Spezialist für Lkw-Aufbauten. 120 Mitarbeiter, ein mittelständischer Familienbetrieb in der dritten Generation. Das Geschäft läuft gut, das Unternehmen steht grundsolide da. Und trotzdem wollte Robert Orten noch mal etwas Neues wagen. In einem Alter, in dem andere schon an den Ruhestand denken. Inspiriert wurde ich eigentlich durch einen Messebesuch in Lyon vor ca. 8 Jahren. Die Solitrance. Und da habe ich gesehen, dass ein englischer Elektrifizierer dort eine komplette Produktpalette von Elektronutzfahrzeugen ausgestellt hat. Das hat den Anschluss gegeben. Man braucht ja immer diese Initialzündung. Und da ich überzeugt war, dass das die Zukunftstechnologie ist, hat das einen beschäftigt und hat das einen nicht mehr losgelassen. Vor 5 Jahren, mit 60, gründet der vom Wesen her eher konservative Unternehmer das Start-up Orten Electric Trucks. Und wagt sich noch mal in ein ganz neues Geschäftsfeld. Dazu noch in eines, das ständig in Bewegung ist. Also die Ressourcen sind auch bei mir begrenzt, ganz eindeutig. Also Energie kommt aus der Begeisterung für das, was man macht, aus dem Commitment. Dass man das, was man macht, gerne macht. Und dann ist es halt Hobby, kein Beruf. In Wittlich bauen Volker Braun und Silvio Dorca inzwischen schon den Elektromotor in einen der Berliner Müllwagen ein. Der 400 Volt Elektroantrieb, der wie alle E-Motoren hier zusammen mit einer Partnerfirma in Stuttgart entwickelt wurde, ist ein Winzling im Vergleich zum Dieselmotor von vorher. Das ist der große Vorteil auch, dass er halt relativ kompakt ist, alles. Dadurch gewinnen wir halt auch ein bisschen Platz und können den Platz, den wir gewonnen haben, den Motorraum, durch den kleinen Elektromotor dann halt nutzen. Für die, zum Beispiel Batterien oder halt auch die Steuerung vom Motorraum. Moment, noch ein bisschen drin. Ja, gut. Wenn der Motor drin ist, fängt die Arbeit das an, sage ich schon mal. Das heißt, die ganzen einzelnen Gisten, die E-Box, das muss alles erstmal reingebaut werden. Die ganzen Vorarbeiten müssen geleistet werden. Natürlich ist das eine ganze Kette, die hintereinander greift nachher. Auch Robert Orten ist schon wieder in Wittlich. Der Chef persönlich darf heute die erste Probefahrt im umgerüsteten 15-Tonner machen. Gratuliere Männer, ich bin stolz auf euch. Können wir jetzt hier rausfahren, schön sachte, damit da nichts passieren kann. Kompressor funktioniert, Bremsanlage, Beleuchtung. Genau, alles funktionstüchtig. Es gibt ja, wie bei allem im Leben, auch die Gefahr des Scheiterns. Die Gefahr, dass das Fahrzeug nicht funktioniert. Und dann kommen erhebliche Nacharbeiten auf uns zu. Und wir stehen hier wirklich unter Termindruck, nachdem wir sehr lange gebraucht haben, bis die Komponenten alle zusammen waren. Und das macht mich schon etwas nervös oder, sagen wir mal, positiv aufgeregt. Der frisch umgerüstete Getränkewagen ist ein echter Prototyp. Da will Markus Wilvers bei der Jungfernfahrt natürlich auch dabei sein. Strom, Anzeige 8. Wie viel Dörfner, wie viel Spannung soll man? Strom maximal 300. Jetzt wird nochmal alles auf Herz und Nieren geprüft. Vor allem die Software-Parameter werden immer wieder durchgetestet. Wir haben auch Geschwärigkeit, aber das stimmt noch nicht überein mit dem. Mit seinem vollelektrischen Antrieb auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriebasis ist das Fahrzeug in seiner Gewichtsklasse einmalig in Deutschland. Super. Fantastisch. Ganz toll. Laufruhe, Anzugsmoment, Vereigenschaften, grandios. In Berni-Technik. Zukunft. Hätte auch sein können, dass es nicht funktioniert. Wir sind sehr lange daran am entwickeln und jetzt Feuertaufe bestanden. Und das gibt dann das Glücksmoment. Ist natürlich für mich ein Riesengefühl gewesen, wenn ich mit dem Chef eine Probefahrt mache. Und er ist total begeistert von dem Auto, was man selber durchgeplant hat. Und ein Lob nach dem anderen raushaut. Da ist man natürlich stolz und richtig motiviert. Egal wie groß der Stress auch ist, Mittag muss sein. Manchmal geht es gemeinsam zur Pommesbude um die Ecke. Alle Mitarbeiter teilen die Begeisterung für die E-Mobilität. Haben das Gefühl, etwas Sinnvolles und Nachhaltiges zu tun. Das macht viel aus. Auch für das Betriebsklima. Die Menschen passen halt gut zusammen. Charakterlich alles. Wir haben eine positive Grundstimmung halt bei uns. Und wir behandeln uns alle gerne im Endeffekt wie Freunde, Kollegen. Das ist echt super. Also ein kleines Team und da kann jeder auf einen anderen vertrauen. Also da passt schon alles. Heute bei dem Wetter genieße ich das auch mal eine halbe Stunde abzuschalten. Und mal über andere Themen zu sprechen, außer Arbeit. Ein paar Wochen später, Ende März. Die Umrüstarbeiten an den Müllfahrzeugen für Berlin laufen auf Hochtouren. Wie geplant. Ansonsten aber ist alles anders. Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Lockdown, täglich steigende Infektionszahlen, die Sorge um die Zukunft der Wirtschaft. All das sind auch in Wittlich die bestimmenden Themen. Noch hat das Virus hier keine direkten Auswirkungen auf die tägliche Arbeit an den Fahrzeugen. Doch Betriebsleiter Willi Chemnitz denkt über den Tag hinaus. 90% unserer Lieferanten sind gut ausgestattet und haben keine Probleme, uns für die Aufträge für dieses Jahr zu beliefern. Auch der Nachschub an den wichtigen Batterien aus China scheint gesichert. Das Lager ist gut gefüllt. Aber es gibt trotz allem immer noch diverse andere Teile, die momentan fehlen und unser Volllieferant leider keine Aussage treffen kann, wann treffen diese wichtigen Bauteile bei uns ein. Robert Orten ist gekommen, zum Krisengespräch. Auch wenn die Produktion hier in Wittlich eigentlich fast nach Plan läuft, spürt auch das junge Start-up-Unternehmen die Auswirkungen der Corona-Krise ganz direkt. Projekte werden verschoben. Und die allgemeine Schockstarre macht es schwierig, neue Aufträge an Land zu ziehen. Überall wird abgewartet. Und das alles Entscheidende wird sein, wann kommt das Vertrauen der Kundschaft zurück, erneut eine Investitionsbereitschaft zu zeigen und die große Chance auch zu wahren, dass man jetzt vielleicht eine klimaschonende neue Technologie auch zum Durchbruch verhilft. Dass man den Wiederanlauf mit einer neuen Technologie dann auch fördert. In der Montagehalle geht die Arbeit an den 30 Müllfahrzeugen für die Berliner Stadtwerke gut voran. Bei den ersten wird schon feinjustiert. Ralf Chemnitz kämpft sich durch die Verkabelung des neuen Elektromobils. Antrieb, Bremsen, Steuerung, Lichtmaschine. Jedes noch so kleine Detail muss bei einer Elektrifizierung neu verschaltet werden. Am Anfang sind es große Baukomponenten. Das sieht man natürlich schnell im Vorgeschritt. Und wenn es natürlich auf die ganze Feinelektrik kommt, dann wird das natürlich in ganz und wesentlich kleineren Schritten, weil man immer wieder nur an demselben Punkt am Arbeiten ist. Da muss man halt die 2, 3, 400 Kabel mal zusammenbringen. Ein paar Meter weiter geht es deutlich gröber zur Sache. Auch klassischer Karosseriebau ist bei einer Elektroumrüstung von Serienfahrzeugen immer wieder notwendig. Um Platz zu schaffen für die Batterien etwa oder um ganz spezielle Anforderungen zu erfüllen, wie bei den Müllwagen. Die müssen nämlich so umgebaut werden, dass der Kunde später auch seine Müllpressen montieren kann. Das ist genau das, was ich so richtig meins mache. Ein bisschen grob, nicht immer nur fein kleine Kibbelchen abmachen, sondern auch mal grob. Ein bisschen was abflexen, mal mit einem Hammer draufhauen. Das ist auch mal so eine Sache, die ist mal eine schöne Abwechslung zwischendurch. Der Chef macht sich derweil Gedanken ums große Ganze. Hallo. Was bedeutet die Corona-Krise? Für sein junges Start-up-Unternehmen. Für die Branche. Aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Ja, Corona kam ja über Nacht. Das ist ja ein Einschlag. Ich will jetzt keine Plattitüde wiedergeben, die wir in 75 Jahren deutscher Geschichte nicht erlebt haben. Das macht Sorge. Aber Corona macht natürlich auch deutlich, dass das Ganze auch einen ökologischen Aspekt hat, einen Gesundheitsaspekt, über den wir uns Gedanken machen müssen. Das ist quasi auch ein Warnschuss vor dem Bug der Menschheit, um zu denken und Überlegungen anzustellen, ob das, was wir in der Vergangenheit getan haben, alles richtig ist. Das ist ja nicht nur ein Virus, sondern das ist ja auch ein Ausläufer einer falschen ökologischen Entwicklung und einem Verstoß gegen die Natur, würde ich mal sagen. Darüber müssen wir auch nachdenken. Der umgerüstete Getränke-Lkw ist mittlerweile fertig. Endlich. Und bereit zur finalen Abnahme. Der Job von Elektromeister Markus will was. Jetzt, nach monatelanger Arbeit, wird noch einmal geschaut, ob auch wirklich alles funktioniert. Punkt für Punkt. Da gehört natürlich nicht nur Sichtkontrollen dazu, sondern auch Funktionstests. Zum Beispiel Beschleunigungstests mit dem Fahrzeug, Bremsentests mit dem Fahrzeug, sowie die ganz normalen Funktionen im Armaturenbrett, am Dashboard, ob noch alles funktioniert. Sicher versteckt unter der Fahrerkabine liegt das Herzstück des 15-Tonner-Elektrotrucks. Die Hochvoltzentrale. Von hier aus wird alles gesteuert. Vor allem die Starkstromkabel müssen ganz genau kontrolliert werden. Hier kommt im Prinzip die ganze Elektrik von dem Fahrzeug zusammen und wird auch darin verschaltet, überwacht. Wenn wir da einen Fehler drin haben, dann gibt es gar nichts mehr. Das wichtigste Kontrollinstrument von Markus Wilvers, sein Laptop. Denn das A und O bei einem Elektrofahrzeug ist, dass die Software reibungslos funktioniert. Immer und immer wieder wurde in den letzten Wochen optimiert und an Details gefeilt. Jetzt endlich passt alles. Hi Markus. Hi. Wie läuft das mit meiner Software? Ganz gut soweit. Bis jetzt gerade mal die ganzen Daten zusammenstellen. Ja. Jetzt noch der Funktionstest der Lampen. Nebelschlussleuchte. Ja, perfekt. Standlicht. Ja, Abblendlicht. Blinker links. Blinker links. Und das Fernlicht. Ja, prima. Alles okay. Ein Projekt wie gerade dieses, was nicht jeden Tag produziert wird, da hängen doch ein bisschen mehr Emotionen mit bei. Das ist immer ein schönes Gefühl, weil jetzt kurz vor der Auslieferung kann das Projekt erfolgreich abgeschlossen und das nächste kann kommen. Robert Orten auf dem Weg zu einem Termin in Bernkastel-Kuhs, seine Heimatstadt. Auch wenn das Zentrum der Mittelmosel mit seinen 7000 Einwohnern hauptsächlich vom Tourismus lebt, ist die Firma Orten hier ein ganz wichtiger Arbeitgeber. Weil der Firmenchef wegen Corona nicht wie sonst ständig unterwegs ist, will er die Zeit nutzen, um endlich mal ein Herzensanliegen mit dem Bürgermeister zu besprechen. Wolfgang Port und Robert Orten kennen sich gut. Es ist nicht das erste Mal, dass sie über den Shuttle-Bus reden, der die Touristen auf die Burg fährt, mit einem uralten Dieselmotor. Das will Robert Orten ändern. Jetzt wollen wir mal den Anlauf machen, dass wir vielleicht den Shuttle-Bus zur Burg elektrifizieren. Das geht ja nicht geradeaus, sondern das geht relativ steil hoch. Da wird auch schon Energie verbraucht. Insofern ist an das Projekt natürlich auch eine erhöhte Anforderung gestellt. Ich denke, dass der Tourismus und auch hier in der Stadt daran gemessen wird, wie stark man auch emissionsfrei arbeitet. Und da kämpfe ich auch drum, dass wir hier mal einen Bus von uns später zur Burg hoch und runter fahren lassen, der elektrifiziert ist. Weil ich werde mich mit den Argumenten schon meiner Kunden auseinandersetzen müssen. Also wenn es dir noch nicht mal gelingt in deinem eigenen Heimatort, und dann kennst du doch den Bürgermeister, einen Elektrobus in Anführungszeichen einzusetzen oder zu verkaufen, dann ist es natürlich auch ein Stück mangelnde Glaubwürdigkeit, das nach außen darzustellen. Also das ist eigentlich ein Muss. Da werde ich auch drum kämpfen. Das beste Argument soll eine Probefahrt mit einem der E-Busse aus der Ortenflotte sein. Hoch hinauf geht es, über Wirtschaftswege, durch die Weinberge, zur Burg Landshut. Genau die Strecke, die auch der Touristen-Shuttle fährt. Dass die beiden sich seit Jahren kennen, ist in so einem Moment unbezahlbar. Und der Ausblick von hier oben, weit weg vom Alltagstrubel, hilft auch. In so einer Atmosphäre lässt sich bestens über Visionen sprechen. Nicht nur abstrakt, sondern auch ganz konkret. Bei denen kannst du ja auch, ich sag mal, sieben, acht Jahre finanzieren. Und du holst trotzdem die Sonne auf. Ja, richtig. Na ja, gegebenenfalls sind die Leute ja auch bereit, vielleicht einen kleinen, geringen Zuschlag auch zu bezahlen, weil sie ökologisch dann hier hochkommen müssen. Im Moment ist die Bereitschaft ja allenthalben groß, solche Dinge zu unterstützen. Eine gewisse Begeisterung erkennt man ja beim Bürgermeister und er ist halt der Leuchtturm, der ja auch den Stadtrat dann hinter sich bringen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Stadt auch ein Gewinnmodell daraus macht, also in gewisser Weise den Elektrobus auch selbst betreibt. Man hört ja kaum Geräusche, da fährt man vor sich hin, man gleitet, ohne dass man irgendwo das Gefühl von Emission und Immission hat. Das ist gut. Das ist auch die Zukunft. Der erste Schritt ist wieder mal geschafft. In der Montagehalle in Wittlich läuft die Umrüstung der Berliner Müllwagen weiter auf Hochtouren. Die ersten Fahrzeuge haben sogar schon ihre Aufbauten. Arthur Sieben kümmert sich um die Programmierung sämtlicher Komponenten mit der eigens entwickelten Software. Ob ich überhaupt irgendwas anliegt. Eine besonders heikle Angelegenheit. Denn jeder noch so kleine Fehler kann später unendlich viel Zeit kosten. Da muss man auch sehr präzise arbeiten, um jeden kleinen Fehler auszuschließen, der irgendwie nur passieren kann. Gerade bei so wichtigen Komponenten wie dem Gaspedal darf da überhaupt keine Störung passieren. Elektromeister Markus Wilvers sitzt mitten im Geschehen. Bei ihm laufen in dieser stressigen Phase alle Fäden zusammen. Man sieht zwar von außen jetzt, die Fahrzeuge sehen ziemlich fertig aus, aber innen drin, in der Software, was man nicht sieht, da ist noch so viel Arbeit, was noch vor uns liegt. Unterdessen ist Silvio Dorca mit der Verlegung der Hochvoltkabel beschäftigt. 400 Volt laufen hier später durch, um den Strom von den kobaltfreien Batterien dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird. Eine Menge davon gibt es. Jedes hat seine exakte Position. Und die orangene Farbe ist kein Zufall. Die Hochvoltkabel setzen wir mit einer Farbe natürlich ab, dass man nachher sieht, im Falle des Falles, dass im E-Fall oder irgendwas passiert, dass man natürlich sieht, wo gehen unsere Leitungen lang. Und so sieht der Kunde oder auch die Feuerwehr oder wer auch immer, sieht genau alles klar, hier haben wir Hochvoltkabel drin. Beim Getränke-Lkw für die Düsseldorfer Altstadt ist nichts mehr zu tun. Der steht abfahrbereit auf dem Hof. Zur Auslieferung an den Kunden in Neuss. Und die wird der Chef persönlich übernehmen. Gute Fahrt. Dankeschön, Willi. Gut zwei Stunden in Neuss. Auf geht's nach Neuss und dann bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Danke, tschüss. Rund 250 Kilometer Reichweite hat der Lkw mit dem neu eingebauten 800-Volt-Motor. Das reicht bis zum Ziel. Einige Probefahrten mit dem Prototypen hat Robert Orten ja schon hinter sich. Doch jetzt, nach monatelanger Arbeit, wirklich unterwegs zu sein, das ist nochmal etwas ganz anderes. So, jetzt machen wir mal die Rekuperation rein hier, weil es ein bisschen runter geht. Also er verzögert dann sozusagen. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Einfach auch wegen der Geräuschreduzierung. Ich bin auch dankbar meiner Mannschaft, dass die das hinbekommen haben. Lautlos rollt der umgebaute Truck durch die Eifel. Nach gut zwei Stunden ist die Strecke auch schon geschafft. Robert Orten weiß, dass vom Erfolg dieses Projekts eine Menge abhängt. Also eine erste Entwicklung in dieser Kategorie. Und da ist es ganz wichtig, dass man Folgeaufträge bekommt. Und der Kunde ist dazu bereit. Allerdings ist die ganze Thematik E-Mobilität sehr eng verknüpft mit Fördermitteln. Wir sind einfach noch in einer Preisklasse, wo ein Kunde ohne jegliche Unterstützung diesen Schritt alleine in der Regel nicht stemmt. Au, der Chef ist schon da. Corona-Zeiten. Da gibt es bei der Übergabe kein großes Tamtam. Getränkelieferanten leiden besonders unter der Krise. Gut, Herr Keit. Herzlichen Dank, dass uns das Auto gebracht haben. Trotzdem ist Geschäftsführer Michael Keit gekommen, um das erste E-Fahrzeug in seiner 200-Lkw-starken Flotte in Empfang zu nehmen. Rund 250.000 Euro hat der Umbau gekostet. Ein Teil aus Fördermitteln finanziert. Schon bald soll der Prototyp die Kneipen und Restaurants in der Düsseldorfer Altstadt beliefern. Geräuschlos und abgasfrei. Dass Robert Orten diesen Auftrag bekam, ist kein Zufall. Zwischen Unternehmertypen ist es leichter, mal ein Projekt zu besprechen als mit Konzernen. Wir sind schlicht und ergreifend bei all den Konzernen, ob das MAN ist, ob das Mercedes ist, mit den Diskussionen alleine gelassen worden. Das ist ein Thema, was mich schon seit Jahren umtreibt. Und da haben wir jemanden gefunden, der auch zugehört hat und der gesagt hat, ich mache mal was. Und jetzt steht er tatsächlich auf dem Hof. Sein erster Elektro-Brummi. Wir hoffen ja, dass dem Fahrzeug und den vielen Entwicklungen, die wir reingesteckt haben, weitere Einheiten folgen, dass es jetzt nicht beim Unikat bleibt. Das ist ein Stück Philosophie, was wir heute hier übergeben. Wir müssen ja andere auch infizieren. Wir brauchen ja im positiven Sinne, wir brauchen auch die Begeisterung bei anderen Kunden, dass das ein Stück Zukunft ist, was wir heute übergeben. Aus Zeiten gönnt sich Robert Orten nur selten. Aber wenn, dann fährt der Ingenieur am liebsten mit seiner über 50 Jahre alten Mercedes-Pagode durch die Weinberge an der Mosel. Abschalten und loslassen, das fällt dem Vollblutunternehmer immer noch schwer. Doch er weiß, jetzt mit 65 sind die Kraftreserven nicht mehr endlos. Man muss das üben, man muss ja alles erlernen, auch das Leben nach der Arbeit, was ja in gewisser Weise noch nicht da ist. Aber mir macht Arbeiten Spaß und solange das Spaß macht, ist es ja auch keine Belastung, sondern es ist ja etwas, auf das man sich freut. Dennoch wird man mehr Auszeit nehmen müssen, allein schon muss gründen, dass man nicht jünger wird. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn sein Unternehmen Orten Electric Trucks brummt. Selbst in Zeiten von Corona. In der Montagehalle in Wittlich können die ersten Müllfahrzeuge für Berlin in den kommenden Tagen ausgeliefert werden. Und die nächsten Aufträge sind schon in Arbeit. Dieser Personenbus für die Stadt Stuttgart zum Beispiel, der Touristen CO2-neutral transportieren soll. Oder der erste vollelektrische Krankenwagen. Robert Orten glaubt fest an den langfristigen Durchbruch der Elektromobilität und auch an den Erfolg seiner jungen Start-up-Firma. Aufgrund unserer überschaubaren Betriebsgröße und in der Struktur, in der wir uns bewegen, können wir nicht die Welt erobern, sondern wir können innerhalb der Nische oder innerhalb des Geschäftsfelds, was wir definieren, da der Beste oder einer der Besten zu sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Das definieren wir auch für die E-Mobilität. Endlich rollt auch der erste elektrische Müllwagen vom Hof in Wittlich. Ralf Chemnitz und Markus Wilvers sind auf dem Weg zur Stammfirma nach Bernkastel-Kuhs. Eine letzte Probefahrt vor der Auslieferung. Noch ein letztes Mal testen, ob auch alles funktioniert. Ich mache mich immer stolz, wenn man mit einem fertigen Produkt erstmal unterwegs ist, dass man selber geplant hat, vor allem, weil es dann relativ flott auf Anhieb auch funktioniert hat. Das ist natürlich ein Megagefühl. Zum Glück keine Fehlermeldungen mehr. Alles klappt reibungslos. Es geht über die Brücke von Wehlen, dem Geburtsort vom Chef Robert Orten. Der will das fertige Fahrzeug nach dem letzten Check natürlich auch nochmal sehen. Denn dieser Auftrag hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung. Das ist ein Fazit, was jeden Tag dann in Deutschlands Hauptstadt, in Berlin, auch für uns ein Stück Werbung macht. Dann wollen wir noch mehr bauen. Das ist ein Fazit, was jeden Tag dann in Berlin. Ich freue mich noch. Ich freue mich noch. Untertitelung des ZDF, 2020